Ein wunderschönes Moment, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Weiter geht es. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier durch. Ich glaube, da kommen wir jetzt durch hier, ne? Und jetzt, wir sind drüben. Okay. Was nun? Kommen wir hier durch? Ne. Okay, müssen wir jetzt irgendwie so einen Knopf betätigen? Nein, aber hier habe ich was gefunden. Da können wir auf jeden Fall wieder irgendwas anmachen. Gas irgendwie wieder was, ne? Okay. Ach du Scheiße. Verdammt, der will hier einfach rein. Okay, ich habe Gas angemacht. Die Scheiße muss hier raus. Und da raus, hier kommt schon ein bisschen Beeilung. Ein bisschen Beeilung. Ist auch geschafft. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass es Gas ist, würde ich jetzt mal ganz fix schätzen, dass wir den hier machen müssen. Bloß raus jetzt. Bloß weg, 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 weg. Boah. Okay. Okay, das war, glaube ich, richtig, was ich gemacht habe. Aber es sieht eigentlich richtig aus. So, dann müssen wir hier durch. Ob der Typ jetzt hier noch irgendwo ist. Ähm. Ähm. Hä? Da ist er. Da ist der Typ, den wir erledigt haben. Oh cool. Wir haben jetzt einen Maschine. Wäre geil. Krass, der Scheiß. Können wir Ihnen irgendwie helfen oder so? Nee, ne? So, den töten. Ja, ist auch besser, wenn er hier langsam verbrennt, ne? Ich würde mal sagen. Augen zu und... Fahr zur Hölle. Fahr zur Hölle. Durch. So. Okay, Magazin. Magazin. Durchsuchen. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Na, okay. Also, die haben zwei Frachter verloren, um hierher zu kommen. Also, das muss doch schon eine ziemlich krasse Insel sein, weil ich weiß gar nicht, wo so genau soll denn die überhaupt liegen hier. Aber wir müssen jetzt irgendwie eine Fackel bekommen, weil der war schon wieder so ein komisches Ding, was wir anzüten können. Aber ich würde mal sagen, dass wir machen, wer von anders ist. Oh. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Erwischt. Erwischt. Die hinten auch alle anschießen, hier. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Erwischt. Nach da an. Oh, Mann. Die fressen wir echt den Scheiß. Die müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Hier, die Typen. Nach und jetzt erschießen. Erschießen, schieß, 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 schieß. Er ist tot. Tut alles mitnehmen hier. Da ist noch einer. Oh. Und der denn? X. Man. Warum auf einmal den Stein her? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er erschossen. Oh Gott, da hinten steht noch einer. Mann, die sind überall hier. Komm, steh da oben. Nach da an. Erwischt. Da hat er bestimmt noch was. Hier haben wir auch noch einen Typen erschossen. Er müsste jetzt hier irgendwo rumliegen. Da liegt er auch schon in der Ecke rum. Dankeschön, dass du in der Ecke rumliegst. So, ach du. Hier oben können wir wieder unsere Waffen aufmotzen. Pfeile mitnehmen. Warte mal. Ich gucke mal, bevor wir jetzt hier oben was machen, gucke ich mich noch ein bisschen um. Vielleicht liegt da hier noch irgendwo was in der Ecke rum. Genau, hier so in der Umgebung. Hier komme ich weiter, ne? Hier komme ich, glaube ich. Weiter, kommen wir nochmal hier rein, glaube ich. Hier müsste auch noch was sein, oder? Ist hier noch irgendetwas zum Mitnehmen? Ach, da hinten ist doch noch was. Ah, da hat es hier noch. Adam Thayas wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Ich habe keine Ahnung. Aber mal so gar keine Ahnung. So, jetzt auch wieder nach oben. Auf, nach oben hier rüber. Zack. Weil man kriegt ja einen Erfahrungspunkt, wie ich die Tür hier aufmache. Ich glaube, die müssen wir nicht mehr aufmachen. Komm schon, zack, 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 zack. Und, 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 auf. Einfach, oder kann ich da rüberspringen oder so? Ich glaube, da kann ich auch rüber, können die eigentlich auch rüberjappen, sonst die sich hier oben festhalten und dann auch rüberklettert. Aber ist ja egal, ne? Ist ja egal, rüber jetzt hier. Waffen auf Motzen, Gedönse. Damit wir wieder stärker sind. Da können wir nämlich die ganze Zeit wieder durchrennen und die ganzen Gegner über den Haufen schießen. Aber darauf habe ich auch irgendwie Bock. So, wieder ran hier. Ran ans Lagerfeuer. So, erstmal die Fähigkeiten auf Motzen. Auf, ähm, die Fähigkeiten. Okay, wir, oh, wir haben jetzt hier, na, Kämpfe-Upgrades freigeschaltet. Was haben wir? Warte mal, ähm, Schmerztoleranz. Achso, da halten wir mehr aus. Ähm, schmutzige Tricks. Ne, brauchen wir auch nicht eigentlich, ne? Axtibach, so können wir gar nicht machen. Ich würde mal sagen, wir machen das hier, damit wir mehr Leben haben. Da halten wir schon mal ein bisschen mehr aus. Also, auf jeden Fall, schon mal gut. Das haben wir, das haben wir schon mal. So, erstmal wieder, jetzt wieder ausrüsten hier den ganzen Scheiß. Okay, Bogen könnt ihr alle auch mal machen, ne? Ich könnte eigentlich den Bogen hier auch mal ausrüsten. Aber mach ich noch nicht, ne. Weil wir kämpfen, wir brauchen jetzt erstmal die ganzen Pistolen hier und alles. Weil ich will erstmal meine Pistole aufmordzen, bis ich das fertig habe. Und danach fange ich dann mit dem anderen an. Ich könnte eigentlich ja fast alles machen. Ich will machen jetzt mal das hier fertig. Ja, danke schön. Und jetzt kommt das hier dran, ne? Jawohl, gemacht. Und jetzt fehlt nur noch das hier. Jetzt fehlt nur noch das hier für 250. Dann haben wir die Pistole fertig. Dann, dann sind wir die schon mal fertig, ne? Weil ich will erstmal unbedingt eine Waffe fertig haben, bevor ich mit der nächsten anfange. Weil die Pistole sieht auch jetzt schon ziemlich cool aus. So, wir sind wieder unten. Und jetzt rennen wir weiter nach vorne. Jetzt rennen wir hier. Wir müssen halt aufpassen, dass hier nicht die haben. Erwischt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht angegriffen werden von der Seite. Und kaum sage ich das, wollte ich das gerade sagen. Auf einmal passiert das auch schon gleich. Komm, 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 komm. Und durch. So. Hier können wir schön was anfackeln, ne? Ich habe, glaube ich, alle Dinger jetzt schon gesehen. Wir brauchen unbedingt eine Fackel. Okay. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, äh... Du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Okay, dann müssen wir wieder hochklettern. So, dann ganz kurz aufmachen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Wir brauchen unbedingt eine Fackel, weil ich will unbedingt erstmal wieder zurück. So, wieder ein Buch, was wir uns anhören können. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist doch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Okay, der hat einfach mal seinen ganzen Kameraden geopfert. Nur um sowas herauszufinden. Okay, das ist komisch. Also hier haben wir ja schon eine Fackel. Oh, wir können ja schon alles machen, ne? Wir sagen uns einfach ganz schön eine Fackel. Dann können wir nämlich erstmal die ganzen Dinge anfackeln, die wir schon gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn schon gesehen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt alle fünf schon mal gesehen haben irgendwo. Hier war das eine, genau. Jetzt müssen wir drei haben, oder? Müssen wir jetzt drei oder zwei haben? Wir haben jetzt zwei. Ach du Scheiße, es fehlt doch noch eins, ne? Weil ich glaube, zwei weiß ich noch, wo die sind. Das andere müsste ich noch umgucken. Würde man sagen, das machen wir jetzt mal ganz fix fertig, ne? Weil dann kriege ich wieder schöne Epi-Punkte. Und dann kann es eigentlich wieder weitergehen. Weil ich weiß nicht, ob man zum Schluss ja auch noch rumgehen kann. Oder ob man von der Insel weg ist. Und bis dahin will ich eigentlich das meiste geschafft haben. So, hier hinten war noch irgendwo eine, ne? Genau, hier ist auch noch eine. Können wir die auch nochmal ganz fix anfackeln? Burn, 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 burn. So, Nummer drei. Jetzt finden wir nur noch zwei Stück. Ob wir die noch finden, ist was ganz anderes. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Weil eine war hier noch irgendwo. Ich weiß zwar nicht mal hundertprozentig wo, aber irgendwo war hier bestimmt noch eine. Dann rennen wir mal ganz fix wieder zurück. Ein bisschen, oder warte mal, die Leiche haben wir noch gar nicht gesucht, oder was? Nehmen wir mit. Immer mitnehmen hier. Nichts wird zurückgelassen. Immer alles wunderschön mitnehmen. Was steht denn hier? Was ist der Hut auf das Hand? Oh, Bruderschaft der Sonne. Hm, wie wohl ein wunderschön der Name? Was haben wir hier? No one leaves. Also, niemand entkommt. Oh, ja, warum auch nicht? Das ist wohl anscheinend deren Motto. Ach, genau, hier war ja noch was. Genau, hier fangen wir das Ding auch nochmal ganz fix an. So, ein einziges Ding fehlt noch. Einfach mal sein, da gucken wir uns noch ein bisschen um, weil irgendwo muss das ja wohl sein. Das muss ja hier irgendwo sein. Warte mal, waren wir hier schon drin, oder? Ne, ne? Hier waren wir doch gar nicht drin, ne? Weil von hier sind wir gekommen. Dann müssen wir jetzt nochmal ganz fix hier rein. Weil hier waren wir ja noch gar nicht drin, ne? Okay, was haben wir denn? Warte mal, doch, hier waren wir schon drin. Hier waren wir doch schon drin, ne? Hier waren wir schon. Dann ist es jetzt so eine Art Abkürzung wieder zurück, aber hier muss ja noch irgendwo was gewesen sein. Irgendwo hier muss noch was gewesen sein, somit zum Abfackeln. Ähm, warte mal, ne, hier hinten, da vorne nicht, glaube ich. Ich gucke mir nochmal hier ganz genau um, sonst müssen wir ganz weit zurückrennen, da habe ich auch nicht unbedingt Lust dazu. Müsst eigentlich hinten, oder? Ist es hinten irgendwo? Ne, hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Gut, dann nehmen wir die Truhe erstmal schon mal mit. Aber wo ist das Ding jetzt zum Abfackeln? Weil ein einziges Ding fehlt noch und ohne das würde ich jetzt auch nicht abhauen, weil sonst ist es auch blöd, ne? Wir haben jetzt vier Stück und das fünfte Ding, das ist ja irgendwo jetzt einfach weil wir hier so rumflattern, das wäre ja auch blöd irgendwie, ne? Warte mal, von hier oben waren wir gekommen, ne? Rückzug, Rückzug, Rückzug hier rein. Ach, da ist es auch schon, da ist es auch schon. Dam, 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 dam. Unabgeschlossen, wuhu, Galerie freigeschaltet, cool. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen, oh, wir haben Erfolg freigeschaltet und der heißt, ähm, unerledigte Geschäfte. Ja, warum auch nicht? So, wieder jetzt raus hier, los. Hier rum war das jetzt, glaube ich, genau, hier rum und jetzt wieder überall lang. Jumpen, nochmal jumpen, so, wieder hier lang. Ach, hier an den ganzen Weg wieder zurück, die Fackel nehmen wir einfach mal mit, warum auch, ne? Wäre ja auch dämlich, ne? Weil wenn hier irgendwo ein Gasleck wäre, ne? Und da wir schön mit der Fackel durch, das wäre nicht gerade das Beste, was man eigentlich machen könnte, ne? Dann wäre es, glaube ich, an uns schon wieder gewesen. Okay, das muss heiß sein. Da dürfen wir, glaube ich, nicht durch, nicht gegenkommen. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Also, ich kann mich nach links oder rechts bewegen. Ah, das muss so heiß sein, ne? Oh, 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 jetzt so runter, runter, runter. Geht's irgendwie hier rum. Oh, 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 du musst aber wirklich aufpassen, dass du nirgends so gegen kommst. Oh, 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 oh. So, jetzt ganz vorsichtig. Y, Y, und nochmal Y, durch. Und jetzt ist es auf einmal wieder kalt. Okay, von warmem in kalt, das ist, ich glaube, das ist nicht das Beste, was du den Körper antun kannst. Weil jetzt war es warm, auf einmal es ist kalt, dann ist es wieder kalt schon wieder. Okay, hier müssen wir runter. Das ist doch nicht normal. Das ist auf gar keinen Fall normal. Also, wenn das normal ist, dann weiß ich aber auch nicht. Okay, warte mal, wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. Ganz, warte mal. Hier schießt das Ding einfach mal, hier. Man, kann ich das Ding jetzt irgendwie durchsuchen oder so? Ach ja, cool. So, weiter geht's. Erstmal nachladen. Oh, scheiße, wo kommst du denn her? Verdammt. Nanananana. Nanananana. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken, mein Lieber. Das kannst du aber sowas von vergessen. Und er ist tot. Und der ist aber eindeutig tot. Oh, da horten sich schon wieder die ganzen Feinde. Da horten sich schon wieder alle. Die wollen alle schon wieder auf die Fresse. Zu viele, glaube ich. Warte mal, wir haben ja Pfeile und Bogen, ne? Wir machen es einfach wieder schön mit Pfeile und Bogen fertig. Das ist ja ganz einfach. Schau mal in die Augen, Bitch. Anvisieren. Warte mal ganz fix, bis er wieder hochguckt. Hier, bis er genau so guckt. Komm schon. Na. Du wirst dich verarschen, hier, du Typ. Du wirst doch so durch, ne? Komm. Guckt mich an. Komm schon. Bewegt deinen Kopf nach oben. Sag mal. Voll mit der alle farschen hier. Jetzt nehme ich erstmal den hier oben. Erwischt. Noch ein Schuss, noch ein Treffer. Einen einzelnen Treffer brauche ich noch, dann ist er tot. Erwischt. So, jetzt bist nur noch du dran, hier. Nur noch du bist der Letzte. Erwischt. Kopfschuss. Kopfschuss. Yeah, Kopfschuss. Ach nee, warte mal. Ich muss extra durch die ganze Zeit Y noch gerade, ne? Auch gerade Y. Okay, da ist wohl wieder einer. Da ist schon wieder einer. Der braucht schon wieder die ganzen Pfeile hier ins Gesicht. Der braucht schon wieder. Komm. Erwischt. Ach, der ist schon tot. Ich dachte gerade, der braucht zwei Schüsse, aber anscheinend ist er schon nach einem tot. So, ein weiterer. Die anderen halten alle zwei Schüsse ab hier und er ist nach einem schon tot. Oh, da besteht schon wieder einer. Die ohren sich auch alle, wie die ganzen Leute, ne? Bam. Angehitet. Angehitet. Ach nee, der ist schon tot. Okay, der kommt mir wieder zu nah, der Typ. Ich will jetzt mal mit den Oma ausschalten. Warte mal, ich glaube, der Unterste ist gefährlicher, ne? Weil der Oberste ist erstmal auf... Oh, oh. Erwischt. Gut. Boah, ich muss noch auf Entfernung bleiben. Anvisiert. Erwischt. Der lebt immer noch. Meine Fresse. Bam. Und? Erwischt. Aber willst du mich verarschen, oder was? Alter, ich habe die ganze Zeit auf ihn angeschossen hier. Wie doch, jetzt nehme ich einen Stein und dann... Stein. Bam. Ins Gesicht. Und das Ding ist Matsche. Ich glaube, damit mache ich das Gesicht natürlich. Das Gesicht ist jetzt für Matsche bei ihm. So, mitgenommen. Hier muss auch noch mehr, ne? Hier ist auch noch mehr. Überall. Komm schon. Na, das sind schon wieder die Nächsten, ne? Oh, oh, oh. Und? Das dürfte es gewesen sein mit den Leuten. Aber sowas von. Gucken wir noch mehr, oder? Ja. Oh, da kommen ja noch mehr. Oh Gott, das ist ja ein richtiges Getümmel, wenn ich da so feigen. Okay, da steht einer. Erwischt. Oh, oh. Da kommen die schon wieder wieder Monotov-Cocktailen an, ne? Damit können sie sich wohl noch nicht verpissen, hier. Da gehen wir auch in den Sack, die ganzen Monotov-Dinger hier. So, mitnehmen. Bisschen Items hier mitnehmen. Dankeschön. So, hier oben sind auch noch mehr Items. Genau, ich muss eigentlich noch die Fähigkeiten wieder ein bisschen upgraden, weil wir haben ja wieder Fähigkeiten freigeschaltet. Okay, so. Ich würde mal sagen, das war es jetzt erstmal an Feinden hier, ne? Ja, es war es jetzt an Feinden, weil es immer nämlich immer, wenn es ein bisschen gebückt geht, dann sind nämlich immer die ganzen Feinden noch überall. So, wir rennen jetzt mal ganz fix wieder zurück, weil ich habe noch eine Fähigkeit freigeschaltet und ganz viele, ähm, komische Upgrade-Punkte. Die will ich jetzt mal ganz fix noch einsetzen, bevor wir weitergehen. Weil ich weiß ja nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Deswegen rennen wir mal ganz fix wieder zurück. Jumpen. Jumpen. Und nochmal ein Jump. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Na, komm schon. Äh, achso, wir kommen nicht mehr zurück, oder wie? Achso, achso, der Ball ist auch kaputt. Alter, das ist natürlich klar, dass wir nicht zurückkommen, ist natürlich klar. So, Leiche durchsuchen, haben wir gar nicht gemacht. Oh Gott, oh Gott, ich vergesse ja die ganzen Leichen hier. So, Nachladen brauchen wir auch nicht mehr, gut. Äh, gut, 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 äh, dann kommen wir jetzt auf jeden Fall weiter, jetzt kommen wir schon mal weiter, hä? Aber ich würde dann erstmal sagen, wir werden hier ganz kurz die Folge von Let's Play Tomb Raider, weil hier ist natürlich in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und auf Wiedersehen, meine Freunde, tschüss!